Mich hat einer mal gefragt, wie die Polizeiarbeit so ist, da wo ich herkomme. Es kann ziemlich abgehen bei uns. Mit den hohen Händen ansteigen! Aber wir nehmen hier alles etwas gemütlicher. Vielleicht ist das auch der Grund, warum uns niemand Polizisten nennt. Hier unten heissen wir Joker. Ab 12. Mai auf Sky Comedy. Schau's mit deiner Mutter, dir wird's auch gefallen. Schau es.